Heute, vor genau 100 Tagen, wurde das Tief im Rahmen des Corona-Crashs erreicht, nämlich am 23. März. Und inzwischen ist es so, dass man sich fragt, war da überhaupt was? Denn wir sind bekanntlich in der Nähe der Allzeithochs beim S&P, auch der DAX, nicht allzu weit weg von diesem Allzeithoch. Also ist das nur ein kleiner Ausrutscher gewesen. Die Aktienmärkte und andere Märkte im Finanzbereich sagen, das war ein Ausrutscher. Die Realwirtschaft sieht es ein bisschen anders, wie wir heute in den US-Arbeitsmarktdaten sehen werden, bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Fortgesetzten. Da ist dieses V, das wir an den Aktienmärkten besonders erkennen, nicht wirklich der Fall. Aber sei es dumm, heute, wie gesagt, jährt sich, nicht jährt sich, sondern ist es genau 100 Tage her, dass am 23. März das Tief erreicht wurde. Seitdem haben die Aktienmärkte, hat der S&P 500 50% gewonnen. Das ist die beste 100-Tage-Strecke seit dem Jahr 1933. 1933, der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, waren so die letzten Ausläufer der großen Depression damals. Es ist ein Hinweis an die etwas Älteren unter Ihnen. Aber jetzt in der Aktualität sehen wir, dass praktisch diese ganzen Kursverluste hier sich in einem wunderbaren V auflösen. Das ist der S&P Future. Hier sehen wir also, dass wir jetzt ziemlich genau da angekommen sind, wo wir im Februar gewesen sind. Dann gab es ein kleines Rücksetzer und dann diese massive Rallye. Der FED sei Dank der Stimulus-Politik sei Dank. Aber die Frage ist, ob die Stimulus-Politik im Ministen der USA jetzt so weitergeht oder in welchem Umfang sie weitergeht. Das ist so ein bisschen die Unbekannte, die wir derzeit haben. Der S&P 500 hier abgebildet, hat gestern Intraday das Allzeithoch im Schlusskurs, das war bei 3386, ganz knapp mal überwunden, ist dann aber wieder ein bisschen darunter getaucht. Jetzt sind wir ein Stückchen weiter entfernt von diesem Allzeithoch, aber es ist eben alles nur ein Wimpernschlag. Und wenn wir uns mal anschauen, wie es denn steht um die technische Verfassung des S&P 500 oder auch der Aktienmärkte insgesamt, dann gibt es das Potenzial eines Doppeltops, also dass man da abbreitet, ein bisschen drüber schießt. Das wäre so ein Klassiker, man schießt über ein bisheriges Hoch drüber, geht dann wieder runter oder man schießt eben weiter drüber. Aber dazu brauchen wir jetzt einen Impuls, einen Trigger. Da brauchen wir etwas, was sozusagen hier diese Bewegung auch motiviert. Ein Deal zwischen US-Republikanern und Demokraten wäre hier vielleicht ein möglicher Anlass. Wir sehen, dass jetzt der S&P eben maßgeblich gestiegen ist, die Aktienmärkte maßgeblich gestiegen sind, aber die Gewinnerwartungen für die nächsten zwölf Monate auch gestiegen sind. Aber wer hier eine kleine Lücke zwischen diesen beiden Grafiken erkennt, der sollte vielleicht mal zum Optiker gehen. Insgesamt sind wir geradezu spektakulär günstig hier das Price-Earnings-Ratio, Forward-Price-Earnings-Ratio, also das in die Zukunft gerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da sind wir auf dem Niveau der späten 90er Jahre. Also wer jetzt kauft, der kauft extrem günstig. Bewertungen spielen keine Rolle mehr, sagt man, weil Notenbanken ja sowieso die Märkte manipulieren. Warum soll man da auf Kennziffern gucken? Wir werden sehen, die Zukunft wird es zeigen, ob das wirklich so ist oder ob das ein Mythos ist. Das ist eine Blasenrhetorik, wie sie immer wieder eben in solchen Situationen vorkommt, dass wenn die Märkte nach oben gehen, dann ist alles anders oder auch wenn sie nach unten gehen, diesmal ist alles anders. Man sucht Rechtfertigungen, warum bestimmte Kategorien nicht mehr gelten. Es hat sich meist gezeigt, dass diese Kategorien sehr wohl gelten. Das ist zumindest das, was wir gesehen haben. Jetzt sind die Investoren aber auch sehr wenig besorgt. Wir haben hier das Put-Call-Ratio so gering wie seit den späten 90er Jahren nicht mehr. Also man ist wenig abgesichert mit Putz und ist freudig in Kurs. Wenn wir uns den gestrigen Handelstag mal anschauen, dann sehen wir im Prinzip wieder mal ein Auseinanderklaffen der Indizes. Aber während es vorgestern der Nasdaq war, der nach unten ging, die anderen Indizes besser waren, so war es gestern der Nasdaq, der besser war, vielleicht motiviert von dem großartigen Aktien-Split von Tesla, während die anderen Märkte teilweise Schwierigkeiten hatten. Etwa der Russell 2000 im Minus gewesen, überwiegend am gestrigen Handelstag, auch der Dow Jones weniger stark und das angesichts der Tatsache, dass der Nasdaq über 2% im Plus war. Also das sind schon starke Differenzen. Aber kommen wir zu der Realwirtschaft, also zu something completely different. Hier sehen wir die Erstanträge, die heute 14.30 Uhr gemeldet werden. Das ist das Highlight des heutigen Tages. Wir hatten ja zuletzt letzten Donnerstag überraschend geringe Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 1,18 Millionen. Aber es sind eben immer noch über eine Million und es sind über 16 Millionen Amerikaner, die Continuing Claims, also fortgesetzte Anträge, anmelden. Wie gesagt, das sind nur diejenigen, die das können bei den Continuing Claims und den Erstanträgen, die auch eine Arbeitslosenversicherung haben. Aber nicht jeder arbeitende Amerikaner hat eine Arbeitslosenversicherung. Also die Dunkelziffer ist dann hier deutlich größer als diese Daten. Es wiedergeben Stimulus muss her, das alte Thema, das die Märkte nicht loslässt. Aber es sieht nicht so aus, hier Aussagen von Mnuchin. Die Demokraten sind nicht bereit, weiter zu verhandeln. Die Demokraten sagen, okay, wir kommen euch eine Billionte entgegen, indem wir unsere Forderung um eine Billionte senken. Aber die Republikaner sagen, eine Billionte ist das, was wir insgesamt ausgeben wollen. Also man ist da irgendwie ein bisschen auseinander. Die US-Demokraten Schumer und Pelosi haben dann ein gemeinsames Statement vorgelegt, wo sie sagen, ja Mensch, wir wollen doch eigentlich, aber die Trump-Administration kapiert doch gar nicht, wie schlimm die Situation ist, etc. Also man dreht sich da weiterhin im Kreis. Ich bin gespannt, wie lange die Aktienmärkte sich das noch geduldig anschauen. Erst wenn mal bei den Aktienmärkten signifikant was nach unten geht, dann könnte der Handlungsdruck auf die US-Politik so groß sein, dass man dann wirklich mal etwas tut. Und kommen wir noch zur Vor-Corona-Zeit. Wir sehen hier die sogenannten US-10-Year-Break-Events. Das sind im Prinzip die Inflationserwartungen, die gehandelt werden. Das ist im Prinzip die Differenz zwischen der 10-jährigen US-Staatsanleihe und der inflationsgeschützten 10-jährigen US-Staatsanleihe, wo also die Inflation rausgerechnet wird, Tipps genannt. Jedenfalls sehen wir hier, dass wir doch in Sachen Inflationserwartung jetzt genau wieder auch auf dem Stand von Februar sind. Also die Aktienmärkte sind auf dem Stand von Februar und die Inflationserwartungen auch. Depression, kommt Deflation, kommt Inflation durch die Politik der Notenbanken. Das ist die große Frage. Und wir haben hier eine Wirecard, dieses großartige Unternehmen, das leider den DAX verlassen muss, nachdem die deutsche Börse mal schnell die Regeln geändert hat und die Wirecard in die Abstiegszone verbracht hat, jetzt schon noch im August. Denn, so die neue Regel, insolvente Unternehmen fliegen sofort raus aus dem DAX und auch aus anderen Indizes. Ist schade, gell? Weil ich finde, jeder Index hat ein insolventes Unternehmen verdient. Aber schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, und gucken mal an. Hier ist der S&P 500 in den Charts von Capital.com. Hier sehen wir, wie es hier nochmal dieses Hoch gab, über dem Hoch, das wir jetzt schon im August gesehen haben, aber dann ein bisschen Schwäche. Man perlt so ein bisschen ab. Der Nasdaq war gestern Bullish, kommt jetzt auch leicht zurück. Der DAX, was macht der? Der ist nach wie vor knapp über der 13.000er Marke, aber so richtig Schwung ist hier auch gerade nicht mehr drin. Und wir haben noch abschließend Gold, welches handelt bei 1.930 auch nicht wahnsinnig viel bewegt. Nach dem Abverkauf hier sehen wir, dass die Erholung ein bisschen zitrisch ist. Und der Euro-Dollar ist der Bullische aktuell. Der scheint jetzt hier diese Niveaus wieder hinter sich zu lassen von 1.18, 1.18, 1.24. Also 100 Tage nach dem Corona-Crash. Die Welt ist für die Finanzmärkte wieder völlig in Ordnung. Nichts ist passiert. Die Folgewirkungen dieses Crashes in der Realwirtschaft, die werden uns noch lange beschäftigen. Die Notenbanken werden noch lange etwas tun müssen. Die Staaten werden noch lange stimulieren müssen. Und die Aktienmärkte sind völlig abhängig von diesem Stimuli. Oder glaubt jemand im Ernst, die Aktienmärkte wären ohne das, was die Notenbanken und die Staaten getan hätten, auch nur annähernd da, wo sie derzeit sind? Und ja, sagt der Weihnachtsmann. Und ich wünsche einen wunderbaren Handelstag Ihnen heute. 14.30, die Arbeitsmarktdaten, wie gesagt, das Highlight. Jetzt das Allerbeste. Bis dann. Ciao.